Also erstens, wir haben jetzt ein Mandat in einer Obergrenze von 3.500 Soldatinnen und Soldaten und das ist der Auftrag des Deutschen Bundestages und den habe ich auszuführen. Wir haben eine klare Schwerpunktsetzung im Norden, im Region Command North. Wir sind auch in Kabul. Wir helfen allerdings auch im Süden mit unseren Tornados, der Luftaufklärung, mit der Unterstützung Lufttransport bis zu Führungsunterstützungskräften und Mettebeck, also Sanität, sodass wir hier unseren solidarischen Beitrag leisten, aber unser Schwerpunkt bleibt im Norden.